Zurück hier in Minecraft. Wir werden nach Hause gehen und hoffentlich überleben. Noch auf der Suche nach einem schönen neuen Ort. Wollen wir doch nächstes Mal in die andere Richtung laufen. Warum auch Emma ja noch explodiert ist. Diesen Sonnenblumen. Was bringen wir Sonnenblumen? Nehmen wir mal einfach welche mit wollte ich sagen. Humpfschmatzen wir mal weg. Ich muss schon mal was essen. Alter, lass mich doch in Ruhe, du Spinne, willst du nicht, dass ich gerade was scannen will? Das ist ein Creeper. kann ich schlafen bei Monster ein paar Level gemacht, Sand hätte ich auch mitnehmen sollen, Schleimwälder, Ton, Haunewolle, Erde, Gelume, Grüne Paprika, Gemüse, Knochen 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 So, als nächstes. Wir werden uns erstmal an zwei Tankleichen stellen, die wir wieder rausnehmen können. Wir brauchen Eisen hier drin und machen uns mal ein schönes Eisenschwert. Das wird nicht reichen, lange nicht reichen. Jetzt brauchen wir Eisen. Aber bevor wir das machen, bauen wir uns jetzt erstmal den neuen Zauberstab. So, jetzt haben wir schon mal einen Zauberstab, aber passt nämlich das Doppelte rein wie hier. Den werden wir einfach mal da unten reintun. Das reicht ja, wenn wir drei haben. Das sind immerhin 100 insgesamt dann. Den werden wir jetzt hier rein tun. Die Pfeile tun wir hier rein. Das müssen wir zerstören. Also wir bauen uns jetzt als erstes mal eine Mülltonne. Eine Mülltonne. Das heißt wir brauchen Stein, drei Stück, Rohstein und eine Kiste. Das sind eigentlich nicht das Gummiholz. Ah, hier ist noch ein Zauber drin. Das Zauber ist sehr wichtig. Das brauchen wir später viel. Das ist ein Zauberstab. Das Eis hier und schmelzt das schon mal. Zumindest das was es gibt. Ne, das kann man gar nicht. Kann man das irgendwie braten? Ne, natürlich zu cool. Aber das brauchen wir nicht. Tropenholz. Also aus Gummi macht man Tropenholz. Natürlich auch mal schön zu wissen. So, wir haben eine Mülltonne. Die Mülltonne stellen wir. Wir haben sowas von nie Platz. Jetzt stellen wir die Mülltonne doch einfach mal hier erstmal hin. Und da tun wir nämlich jetzt die Sachen rein, die wir auf jeden Fall löschen wollen. Wir haben das und das, da es nicht mehr funktioniert. Wir bauen uns auch gleich nochmal eine richtige Spitzhacke. Ein Spitzhackenkopf, sowas und ein kleines davon. Wir besitzen das, kein Spitzhackenkopf, aber das. Heißt wir brauchen erstmal einen Spitzhackenkopf. Ein Spitzhackenkopf. Ein Spitzhackenkopf. Dann. Eigentlich noch. Schaufelkopf. Achskopf. Schaufelkopf. Achskopf. Ach. Ach. Kann ich sowas auch nochmal bauen. Aber nicht unbedingt jetzt. Schaufelkopf. Ach. Wir brauchen Gold dafür. Genau. Ich werde jetzt erstmal ein Schwert links tun. Das. Essen. Das. Und das. Und dann haben wir schon mal Gold. Haben wir zum Glück ein bisschen davon. Viel brauchen wir auch gar nicht. Wir nehmen davon mal 6. Schmelzen das auch nochmal ein. Wir können eigentlich auch das hier wegschmeißen. Doppelt. Ach. Können wir das Schwert nochmal reparieren. Wir werden uns natürlich auch nochmal ein Schwert bauen. Doppelt. So. Das Gold ist drin. Dann haben wir natürlich erstmal Gold. Die brauchen wir eigentlich auch nicht mehr jetzt. Schmerzen diesen ist. Mein Eisen. Und dann... Machen wir uns erstmal schöne Eisenspitzhacke. Das werden wir noch behalten. Dann gehen wir nämlich nochmal los. Ein bisschen Sachen abarbeiten hier. Dann brauchen wir noch viel mehr Eisen. Um also einen Hammer herstellen zu können, brauchen wir vier Eisenblöcke. Um einen Tisch zu bauen. Dann gehen wir hier unten in dieser Höhle an. Alles ab, was wir hier so finden können. Auch das werden wir gebrauchen. Und einen richtigen schönen Reaktor mal irgendwann zu bauen. Aber davon sind wir auch noch ein bisschen entfernt. Aber noch ein bisschen Kohle. Und dann gehen wir hier hin. Und dann gehen wir hier hin. Oh, wir haben hier reingefallen, oh, hier ist eine Menge, noch eine Menge Eisen mit. Oh, hier ist schon noch eine Menge Zeugs. Und Zombies. Ach, wir haben hier ja überzogen. Dann machen wir die 20 Minuten auch noch voll. Hier mit Gold. Silber. Blei. Ne, jetzt kommt es über das Blei. Ich glaube, Silber war hier auch gerade. Das Eisen. Ah, hier wird noch Feuer gewesen. Das ist aber auch genug. Also Obsidian werden wir irgendwann, wenn wir es mal schaffen sollten, auch gut herstellen können. Oh, jetzt nur Diamantenfieber. Dann werden wir nicht auf Höhe 16 irgendwo Diamanten sein. So war das. Ich schaffe das. Oh, jetzt war es so schön. ' So, jetzt haben wir doch schon wieder einiges gefunden, gehen wir mal wieder nach oben und dann, wenn wir nach oben sind, wende ich den Part auch wieder. Also Minimum Eisen, kommt jetzt da noch ein bisschen Eis noch rein, mal hin, mal schon mal zwei Eis. So ein Block von vier bauen, dann noch mal vier, ich glaube man brauchte vier, nochmal nachgucken, das ist nämlich eine Werkstation, Werkstation, ne. Ja, und versenkte Ziegel braucht man auch noch, dafür braucht man Mürtel. Versenkte Ziegel haben wir auch noch, das heißt, das kriegen wir nächstes Mal auch noch hin, den auch noch mal zu bauen. Dann sah ich an der Stelle auch mal wieder, was euch gefallen hat, lass uns doch mal oben da, wenn nicht, dann nicht. Und tschüss.